Ja, wenn du es richtig gemacht hättest, hättest du was gehört sagen. Nein, der wird größer, der XP-Walden. Das dauert ne Weile, ja. HONDOA! Oh, bei Schnee schon wieder hier. Bei Tiefschnee. Der Dicke läuft. Ich geh zu B. Ja, komm mit. Oder soll ich zu A gehen? Ich geh zu A. Ich hoffe, dass die Holzbrücken mich halten. Auf, auf, bei mir sind zwei auf C. Ok, warte, ich geh auf zwei. Ich krieg hier ein paar Blude. Sorry, das war nicht geplant. Ah, passt. Oh, bei mir sind immer noch zwei. Den hast du, oder? Theoretisch wären beide drin, aber... Ich hoffe. Ach, genau, falsch umgeblockt. Er ist oben. Er ist links, dann oben. Warum hat er schon wieder Parry? Ja, stimmt. Äh, hier, Rache. Wenn zwei Leute auf einhauen, instant. Crawl, vielen Dank für deinen Resub. Und äh, freut mich, dass du so lange dabei sein würdest. Hinter mir, oh, zwei Leute, ich sind hier. Gongi, zwei Jahre am Start. Eieiei, die Zeit verfliegt immer noch ein fettes Dein. Ja, ich bin tot. Ja, ich auch. Da waren drei Leute auf einmal da. Ja, keine Ahnung, wo die herkriegen. Von oben. Der ist ja zweimal Rache gekriegt. Krass. Ja, normalerweise, wenn du viel blockst, ja. Aber der hat halt einfach... Einen Schlag geblockt oder so? Ja, genau. Wenn zwei Leute auf dich draufhauen, du blockst von jedem einen Schlag. Nee, nee, hat er nicht. Also du darfst auch nicht in der Nähe stehen zu zweit. Okay. Ja, okay. Weil der hat wirklich, ich hab, keine Ahnung, sechs, sieben Schläge getroffen. Und der hat mich einen davon geblockt. Und hatte trotzdem wieder Rache. Ja, genau, bei mir auch. Na, vielleicht ein Lack gehabt. Alter, wie schnell bist du denn? Und abschlaut. Nö. Das ist ja krass. Bring it. Aua. Ja, hau wieder ab. Spiele wieder, wenn du willst. Spiele wieder. Oh, 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 oh. What time? Und jetzt die getankte Kotlos. Ah, die haben ja geblockt. Will den einen abstauben, ne? Klar, bei B brauchen wir Hilfe. Äh, wo ist denn der dritte, der hier gerade noch war? Ja, jetzt kurz zu Lalo rüber. Bei mir ist die Hölle los hier, der. Brauchst du Hilfe bei dem? Da sind zwei, die mich hauen hier oben, wenn du mich meinst. Aber ich block die beide schön weg. Ja, der ist tot. Ich nehme B ein. Ich nehme A ein. Ich habe einen runtergeschubst. Und dem habe ich einen dicken Hit mitgegeben. Nice. Einer kommt aber wieder hoch. Der ist natürlich hier nicht gestorben. Sorry, dass ich weggerannt bin. Aber ich wusste, dass A gerade... Aua. Alter, was hat das denn für einen Schlag? Bei mir war der komplette Bildschirm gerade weiß. Einer kommt C. Oh, oh, oh. Demon Grip. Oh, hier sind auf einmal wieder zwei Leute. Pass auf hinter dir. Ja, ich bin da. Ja, ich auch, finde ich. Einer Feldpunkt eher tief. Und wenigstens vielleicht den anderen... Der ist jetzt nicht Nils runtergesprungen, oder? Nein. Nee. Ich habe einen runtergeschubst, ey. Ich kratze hier zwei Leute auf. Nein, ich meine Dankeschön. Bitte nicht wiederbeleben, nicht wiederbeleben. Danke. Ich bleib hier stehen. Ich mache die Defense. Ich habe auf A gekillt und der Punkt ist immer noch uns. Nice. Ich habe auf A exekilliert. Ich habe hier wieder zwei Mitte. Habe ich schon Lollimops. Das geht leider nicht. Aber es gibt einen minimalen Trick, wie du den perfekt timen kannst. Und zwar, wenn du es schaffst, den Gegner umzuschmeißen. Also, dass er ein Boot ist. Und dann direkt den Move karmelst. Dann hängt er echt. Dann hat er nur die Möglichkeit, dass das Einziges geht, nach hinten wegzurollen. Ich weiß gar nicht, wie ich einen umschmeißen kann. Also, wann das passiert. Ich bin fast tot. Wo bist du? Wo bist du? Ja, klar. Ja, ich habe hier den anderen am Arsch. Habe ich dich umgeschubbt? Nee, nee. Ich bin auf die Seite gerade. Ich weiß. Hast du gestern gemacht. Deswegen bin ich diesmal direkt ausgelöschen. Einer blutet in der Mitte noch. Oh, drei Leute auf mich. Holy shit. Ja, wow. Wie gesagt, waren alle vier auf einen Schlag. Ich habe erst nur einen gesehen. Oh nein. Oh nein. Wenn ich nicht Start gedrückt hätte. Ich hatte gerade von drei Leuten schon geblockt und der letzten kam von oben. Und ich war ready. Ich habe das gesehen. Aber warum habe ich gerade eine 3-Hit-Kombo gemacht, obwohl der keine hat? An den Minions. Komisch. Ich bin gleich tot. Ich bin gleich tot. Du lässt die Treppe hochgehen können. Ich hau erst mal in die Base ab. Bleib lieber auf A für doppelte Punkte. Weil so lange die A haben. Ja, dann können die ja C und B haben. Das ist ja egal. Nils, wenn du den näher zum Abgrund bringst. Ja, ich habe hier zwei am Arsch. Nils, jetzt mach doch mal. Wir haben mich bis in die Base verfolgt, der Typ, ne? Was ein killgeiler Sack. Ich weiß nicht, warum ich hier oben nicht runter springen kann. Der ist noch ticken zu weit weg. Du musst ihn anvisieren, dann geht es immer. Hab ich, hab ich. Aber ging trotzdem nicht. Warte mal, wieso kann ich nicht? Warte mal, wieso kann ich nicht? Das heißt, die werden sie gleich wieder verteilen. Charlie sind zwei. Soll ich dir, ich komme wieder zu dir, ne? Dalu? Oder nicht? Ähm, ja noch nicht. Ah doch jetzt. Ah doch! Alles klar, Donnan, eh alle gut gemacht. Die sind zu zweit im TS. Gehe ich von aus. Deswegen hat er sich da hingestellt. Das macht natürlich Sinn. Matthias, danke für deinen Reek Sub. Oh Mann, oh. Ey, das ist ja auf einmal hinter mir und stößt mich da runter. Okay, ich. Nice bug. Die laufen gerade die Treppe hoch. Und ich kann auf einmal keine Treppe mehr laufen. Wie bei Rainbow. Ich kämpfe hier gerade gegen zwei. Ja, aber solange du noch kämpfst, ist alles even. Weil ich nehm 10. Alles gute Punkte. Okay, einen hab ich gekillt, der verblutet. Aber die anderen beiden haben mich gekillt. Da waren nämlich drei Leute auf A. Jetzt nehmt mehr einen. Kann einer B dann was machen? Ja, ich bin dabei. Ja, weil es sind drei Leute auf A. Und wenn wir A kurzzeitig haben würden wir schon reichen. Ja. Und zwei. Drei. Ich bin low. Äh, es sind drei. Es sind drei bei Charlie. Ich hab ne Bombe hier. Ja. Und die springen bestimmt von oben runter. Ich muss aufpassen. Da steht er schon bereit. Keine Schnitte. Die sprechen sich richtig gut ab. Äh, er wird abgeschlagen. Klude. Moment, ich trotz da mal eben den Typen auf, der da liegt. Hier bei B. Ah, das bin ich. Danke. Dann müssen wir Dalu, glaub ich, helfen unten, oder? Ich bin noch am Leben. Ich kämpf gegen zwei. Ja, wir müssen bei Charlie hin. Krieg gleich vielleicht B. Okay, ich hab den Ritter exekutiert. Gebeeren. 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 Okay. Ach shit, jetzt hat der andere mich angegriffen. Der war doch für dich. Ja, das ging nicht. Du hast mich weggehauen. Hi. Vielen, vielen Dank für deinen Sub. Dann killt mich Dalu hier einfach fast. Mit einem Schlag. Ich will den Weg stellen vom Shugoki. Hinter Bravo sind zwei. Oh, ich bleib schon. Hier stehen. Oh, sorry. Ich setz mich mal auf einen drauf. So disrespektlich. Boah. Nice. Ich hab einfach immer Guard Break gemacht, dass ihr schön drauf hauen konntet. Gerade funktioniert. Wie viel Ruhm? 4 Milliarden. 294 Ruhm. Oh, wieder schöne Runde. Ja. Was ist das Max der überhaupt? 600, ne? Der Prestige 30, 10. Hat der Crab sich gegönnt. Also 600, ja 600. 600, ja. Boah, das ist aber echt die Ewigkeit. Obwohl, ne, kannst du ja nicht sagen. Das eine ist ja Level 21, ne? Also theoretisch wird 630. Ja, stimmt. Immer eins mehr, ja. Immer einmal mehr wie die. Schwert Level 630 Shugoki, ey. Mit einem alten Modell von 1000. Und dann fängt noch einer neu an. Ich muss grad einmal kurz. Gegen 30.000. Äh, ich geh zur Alpha. Oder willst du zur Alpha Dalu? Ich renne nach A. Das ist der Punkt. Dann geh ich's Charlie. Ja, ich geh trotzdem nach A. Hier ist es C, was geil ist. Ich find Alpha cooler. Mit dem Shugoki. Hä, du kannst du bei C, kannst du doch Leute überall. Wenn einer über die Brücke rennt, musst du nur den Hype Trade anmachen. Bei mir sind, bei mir sind 3. Charlie sind 3. Ich bin direkt wieder abgedreht. Das ist so bescheuert. Ich wollte grade aufnehmen, aber ich hab, wenn du den OBS Sound in Windows lautlos machst, hat meine Aufnahme auch gar keinen Sound. Ja, ja, genau. Das Problem hab ich auch. Ist ja sau bescheuert. Mitte komm... Was heißt das Problem? Das ist wahrscheinlich halt einfach so. Mitte 2. Und ab dafür. Nice. Jetzt hab ich halt in meiner Aufnahme die ganzen Subs, aber das ist ja nice. Dann hättest du das mit Sardos gestern gesagt, hätte versuchen sollen. Ich hab das leider nicht mehr gelesen, was er gesagt hatte. Ich hab gedacht, das wär das mit dem Sound ausmachen. Der ist abgehauen. Ja, der ist abgehauen. Ja, der ist abgehauen. Der Doppel. Oh. Das war, das war schon wieder stark. Und die Leiche ist weggefetzt. Äh, The Nosco. Vielen Dank für deinen Sub. Das war strong. Aber das war der Shit gerade. So läuft das. So läuft das. So läuft das. Nächste direkt wieder vor hier. Was hauen die denn hier alle ab? Was soll denn das? Du kriegst ja auch nicht, ne? Um Angst. Ja, wir rennen hier gerade zu zweit. Ich renne andersrum. Das sind kleine, ängstliche Schweine. Jetzt ist er nicht mehr reingelaufen. Bei mir sind zwei. Okay, ich komm zu dir. Und Tschüss. Das ist aber kein Problem für den Champ. Hat er davon. Hier ist noch einer. The Great Bait. Lust auf unsere Combo? Ja, okay, mach mal die Combo. Jetzt. Ich bin bereit. Ich muss mich mal kurz heilen. Okay, er hat einen Schlag gemacht. Jetzt muss ich ihn packen. Charlie haben wir. Soll ich stimme, wenn er mit zustimmen bleiben? Oh, oh, what? Egal, hab ihn. Er ist tot. Okay. Ah ne, ich bin nicht, ich bin nicht low genug. Kopf los. Mitte zwei. Oh, was? Ich kam nicht ran. Ab ihn. Ja, okay. Ab ihn, ne? Ja, 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 ja. Ja, Mitte sind zwei. Weißt du noch zufällig, was Dadas gesagt hatte? Ja, irgendwas 10k Damage Balanced. Du kannst irgendwas deaktivieren. Also irgendwie so blinde Szenen komplett deaktivieren. Knork, danke für deinen Sub. Vielleicht liest er das ja auch irgendwann. Blinde Szenen deaktivieren? Achso. Am Stream. Du willst vom Stream, ja? Ich wollte nicht die Gleiter hochkrettern. Nur vom Nobelstudium. Ja, okay. Hast du, oder? Quatschen. Ah, gut. Hab ihn nicht geklaut. Ne, ist er. Ich würde den Shugoki, wenn du Anfänger bist und gegen Anfänger spielst, würde ich ihn empfehlen. Wenn du Anfänger bist und mittlerweile die Leute schon besser geworden sind, würde ich ihn nicht empfehlen. Drei Leute. Drei Leute C? Drei Leute C. Wenn du ihn lernst, macht er Spaß, auch gegen gute Leute. Aber als Anfänger gegen gute Leute wirst du mit dem keine Schnitte haben. Ich hab einmal wieder die Mitte geholt. Ah, der Vex ist auch da. Vielleicht schaut er noch zu. Und Freezy ist auch am Schnitten. Servus Vex und Servus Freezy. Oh fuck. Hab sie gut gemacht. Ach, er ist einfach der King. Der King ist hier oben auf dem Turm. Ich sag doch, der Turm ist richtig geil da oben. A ist besser jetzt C. Wieso bei C musst du nur entgegenrennen, wenn einer über die Brücke kommt? Mit A. Ja. Kriegst du mich aufgehoben? Ne, ne? Ah, schade. Passt durch. Ja, ich hab die... Ist noch nicht freigeschaltet, dass ich... Ja, ist nicht so schlimm. Ich kann auch... Ich wiederbeleb mich einfach. Passt. Nicht so schlimm. GG Drobe. Danke für deinen Sub. Vielen, vielen Dank, Mann. Versuch dir mal zu helfen. Hältst du noch so lange durch, ja, ne? Okay. Mitte exekutiert. RIP, mein Freund. Malischer Weg. Und wieder ein Kill. 7-0 hab ich. Ich will schon. Hab ihn aber. Es scheinen da echt ein bisschen Probleme gegen dich zu haben. Der eine kommt immer, der Spot neu und kommt wieder. Und dann... Also er ist jetzt auch zweimal gestorben, ohne dass wir den Kampf haben. Einmal von Turm fallen, einmal von der Leiter geschlagen. Ich komm hoch. Ich muss einmal kurz... Nein. Aber den Spot darfst du gerne weiter... Oh, ich hab... Okay, ich lau' andersrum. Nein, nein, komm hoch. Ja, ne, 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 ne. Ich wär' fast gestorben. Ich hab noch einen abkrieg oder so. Hinten kommt einer. Ja. Was ist hier oben los, Leute? Nimmst du einmal? Ja. Hab ich. Ich wollt' auch nehmen. Und draufhauen. Und ausholen. Ich nehm' ihn nochmal. Und Ende. Okay. Oh ne, er lebt noch. Er hatte Enrage auch. Er ist tot. Ah ne. Ah, der ist tot. Äh. Ey. Wer hat das da grad auf mein Kopf geschlagen? Ich mach das. Sorry. Komm, machen wir den platt hier. Ja, denken wir haben gleich schon einen Sundance. Er kommt wieder hoch, einer. Ja, ja. Der ist so gut wie tot. Ja, aber lass den halt. Jetzt machst du nochmal da, Lu? Ja, ist schon. Null. Oh. Als er wieder weggeflogen ist. Und dann klopst du den voll aus dem Bild. Ja, geil. Das ist so lustig mit dem Typen einfach. Mit dem Baseballschläger. Ja. Der ist halt richtig weggeflogen. Ja. Hab ich leider nicht gesehen. Aber die Leiche war weg bei mir. Ja, ja. Er ist auch nach hinten geflogen. Also irgendwie. Jetzt will der Schurke es wissen. Ich komm mal in die Leiter hoch. Ich mag unsere Kombo. Ich mag die nochmal machen. Machst du zuerst hochheben oder ich? Ich hebe. Einmal. Okay, ich mach danach. Und jetzt hau drauf, hau drauf. Du kannst ihn nicht nochmal heben. Ja. Das ist einfach so... Tacke für die. In der Mitte ist ein. Zwei. Ja, die gehen rippt gleich. Zack. Hier, ich hab einen. Annehmen. Halb tot. Sibirion. Sibirion. Oh, er haut ab. Oh nein. Schön, dass du am Start bist. Schön, dass ihr da seid, Leute. Einer noch, wusste er? Bei Charlie. Schönes Geschnetzel hier. Oder C. Komm dir zu Hilfe. Dann kriegst du auch alleine, oder? Nein! Ja. Ja. So, die Mitte ist wieder unser. Ist egal. Wo ist der letzte? Bei mir. Und ab jetzt haben wir auch genug Punkte. Wir brauchen keinen Punkt mehr. Ja, das ist auch nur noch einer da. Ja, aber wir brauchen keinen Punkt mehr, selbst wenn er jetzt einmal über alles rüberläuft. Ja, ja. Alter, das ist ein C. Ich bin halt low. Ah, ich bin low von links. Ich hab den doch schon low geschlagen. Ne, der hat sich geheilt irgendwie wieder. Aber er ist gone. Jawoll. 10-0 Stats. 700 Points. Schön. Ja, 8-0 ist auch okay. Keine 700 Points, aber das war schon ziemlich einfach. Ich bin am Anfang des Matches auf A gerannt, wenn ich einmal runtergegangen. Also doch, immer wenn ich einmal um den Kopf gespuckt bin. Ich bin am Anfang des Matches auf A gerannt. Ich bin ein Mileser. Ich bin ein Dolmetsch. Und dann bin ich lieber." Wir haben den Kopf gespielt. Oh, wir haben total die nüge. Und dann werden die nüge. Und dann können wir noch mal versuchen.